Hallo zusammen, schauen wir uns mal wieder an, was bei BingX los war. Viele von euch haben wieder nachgefragt, wir gehen auf CopyTraden, gucken uns das Ganze mal an. Wir sind mit 1.873 USD bzw. USDT im Plus. War das die ganze Zeit so? Können wir jetzt hier schön damit prallen? Nein, zu dieser volatilen Zeit waren wir sogar bei ungefähr minus 1.600, so um den Dreh. Das heißt, wir waren bei 1.500, waren also letztendlich, wenn man die Gewinne nochmal abzieht, fast 3.000 USDT waren weg. Also sie waren letztendlich 1.500 futsch und dann auch noch 1.600 im Minus. Das ist mit ungefähr 1.100 wurden hier einfach verbrannt. Warum steht hier jetzt wieder 1.800 und bei sehr, sehr vielen ein Minus davor? Warum? Weil wir die CopyTrader einfach machen lassen. Das beste Beispiel war hier Marco Reus und Ecom. Was haben beide gemacht? Das ist ja das Gute an so einer Social Trading Plattform, wenn ihr auf die einzelnen Trader geht, dann könnt ihr hier bei Feeds einfach mal schauen, was die mit euch kommunizieren. Und zu diesen extrem stark volatilen Zeiten haben sie öfter gesagt, Leute, bleibt entspannt. Das ist nur ein Dip. Gibt uns die Chance, das Ganze wieder gut zu machen. Einige Positionen werden wir im Minus schließen. Und dann brauchen wir die restlichen Positionen, um wieder Plus machen zu können. Darum sagt Marco Reus immer und immer wieder, macht kleine Ordergrößen bei mir, weil ich werde viele, viele Order aufmachen, viele Positionen öffnen. Und dann kann es sein, dass einige davon schief gehen, aber mit den anderen mache ich das wieder weg. Und das Gleiche auch bei Ecom. Wenn wir hier nochmal rauf gehen, Ecom hat auch öfter mal gewarnt gehabt, hat gesagt, Leute, bleibt entspannt, bleibt ruhig. Und wenn ihr rausformot, dann ist das letztendlich euer Problem. Das liegt nicht an mir. Lasst die Trader einfach machen. Sucht euch solche guten aus, wie Ecom und Marco Reus zum Beispiel. Und die zeigen euch, die kommunizieren hier auch mit einem. Vor allem für Anfänger ist das sehr, sehr gut. Und auch zu den volatilen Zeiten hat hier auch Ecom gesagt gehabt, hey, don't blame me when you fomo. Also gib mir nicht die Schuld, wenn du fomos und hier aus dem Markt rausgehst halt. Vielleicht den Minus schließt. Und daher lasst die machen. Darum nennt man das ja Copy Trading. Man kopiert das, was sie tun. Wenn viele Anfänger jetzt hier reinkommen und glauben, sie sind jetzt der Experte und schließen einen Minus, dann lassen sie den Trader nicht machen. Darum seid ihr auf dieser Plattform. Das ist ja der einzige Grund. Wir empfehlen das ja meistens den Anfängern. Wir machen das mit einem winzig kleinen Anteil unseres Budgets und nehmen einfach passives Einkommen mit. Und letztendlich haben wir diese Leute machen lassen. Darum ist hier auch noch bei uns ein Plus zu erkennen und kein Minus. Weil wir letztendlich diesen Leuten vertrauen und sagen, hey, sie wissen, was sie tun. Sie sind hier die Experten. Die haben eindeutig mit uns kommuniziert und das immer wieder. Hey, keine Sorge. Das ist ein Dump. Das wird sich auch wieder drehen. Wir werden wieder Plus machen. Gib mir ein bisschen Chancen. Und dann darf man halt nicht mit Angst und Emotionen hier reingehen und dann solche Fehler begehen, dass man dann die ganzen Positionen im Minus schießt und sein Geld verliert. Darum gibt es ein, zwei Leute, die auch manchmal reinkommen und sagen, oh, ich habe Bing X genutzt. Ich habe gecopytraded und bin voll im Minus. Ja, warum wohl? Entweder hat man sich irgendwelche Moonboys hier ausgesucht, die man kopiert hat, die einem unendlich hohe Zahlen versprechen. Oder man hat selber eingeschritten oder man ist selber eingeschritten und hat den Minus wahrscheinlich geschlossen. Aber seid euch dem bewusst, wenn ihr Copy Trading begeht. Das ist Copy Trading. Ihr kopiert das, was ein anderer macht. Darum lasst sie machen. Lasst sie einfach machen. Wir können euch auf jeden Fall erstmal empfehlen, dass ihr Marco Reus und Ecom mit reinnehmt. Und das sind ziemlich, ziemlich gute, professionelle Trader, die ganz genau wissen, was sie machen. Die anderen probieren wir halt immer noch aus. Werden wir euch immer noch weiter mitteilen, ob die letztendlich gut sind oder nicht. Gut, Panic Sale hat ja auch seine 340. Jetzt mehr als Marco Reus. Aber den haben wir auch viel länger als Marco Reus. Marco Reus hat das in einer ziemlich kurzen Zeit geschafft. Und Ecom auch. Darum. Und die Art und Weise, wie sie traden, zeigt einfach, dass sie professionell an die ganze Sache rangehen. In diesem Sinne, Leute, wer sich entscheiden möchte, auch passives Einkommen zu generieren, indem er einen kleinen Teil seines Budgets hier ins Copy Trading reintun möchte, der kann über unseren Link in der Videobeschreibung sich bei BingX anmelden und spart lebenslang 10% auf die Tradinggebühren. In diesem Sinne, happy trading, Leute. Und Crypto Heroes out. Also, hier ist es ein paar Minuten, bis zum Beispiel in der Videobeschreibung.